Wisst ihr noch, wo ich gerade gesagt habe, ich muss mal das Handy weglegen, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss? Ich bin natürlich erst mal 500 Meter zu weit gefahren und fahre jetzt gerade wieder ein Stückchen berghoch und muss jetzt hier bei Hüffelsheide, V.L. Stadt Detmold, in eine Querkasse rein. Super, macht richtig viel Spaß. Naja, was soll's, es gibt Schlimmeres. Außerdem geht's berghoch, erst mal aufwärmen und ich bin weg von der Straße, das ist geil. Mir nervt mich, dass ich meine Käppi verloren habe, weil mir das ein bisschen Sonnenschutz bietet, im Nacken vor allen Dingen. Jetzt muss ich auch mal wieder gucken, ob ich nach links dann geradeaus muss. Ah, Leute, erst mal ab in Schatten hier.